Stefan Schulz war bei Markus Lanz zu Gast und hat dort über sein neues Buch Die Altenrepublik geredet. Ich habe dieses Buch zugegebenermaßen nicht gelesen, da ich gerade eine ziemlich lange Leseliste habe und ich das jetzt auch nicht so interessant fand. Ich meine, die deutsche Demografie, die kann ich ja ziemlich offen nachschauen und ich habe, wie gesagt, interessantere Bücher gerade auf meiner Leseliste, aber nichtsdestoweniger wird dieses Buch gerade groß diskutiert. So war Stefan Schulz bei Markus Lanz zu Gast und diesen Auftritt, den werden wir uns bestimmt auch nochmal wann anders ansehen. Aber jetzt hören wir uns erstmal den Kommentar von Albrecht Müller von den Nachdenkseiten dazu an. Nachdem Ende des letzten Jahrhunderts von Lobbyisten der privaten Altersvorsorge begonnen worden war, die demografische Entwicklung zu einem großen Problem hochzustellisieren, um so für die Riester-Rente, die Rürup-Rente und andere Produkte der Privatvorsorge zu werben, kam immerhin eine kritische Diskussion in Gang, die den ganzen Privatvorsorge-Zauber als unangebracht entlarvte. Kern der kritischen Auseinandersetzung, an der die Nachdenkseiten maßgeblich beteiligt waren, war die unumstößliche Aussage, dass die Änderung des Systems der Altersvorsorge nichts an der demografischen Entwicklung ändern könne und deshalb solche Versuche untauglich seien. Immerhin, diese unsere Argumentation hat gesessen und unserem Land vorübergehend Ruhe gebracht. Jetzt wird offensichtlich das gleiche schräge Lied neu gesungen. So gestern Abend bei Markus Lanz am 21. Dezember 2023. Im Schrifttext ist das Deckblatt des Buches »Die Altenrepublik«, wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet« von Stefan Schulz abgebildet. Die Grafik signalisiert schon die angebliche Dramatik der demografischen Entwicklung. Die alten Menschen werden geschmäht, sie gefährden unsere Zukunft, so wird behauptet. Und es wird unterstellt, sie beherrschten die Republik. Offenbar verkauft sich diese Dummheit wieder gut, wie schon vor 25 Jahren. Es folgt der Versuch, in wenigen Strichen zu zeigen und zu belegen, warum die neue Dramatisierung genauso unsinnig ist wie frühere. Erstens. Die demografische Veränderung ist nicht sprunghaft und schon deshalb nicht besorgniserregend. Es sind langsam vonstattengehende Veränderungen. Eine Gesellschaft kann sich auf solche Veränderungen einstellen. Zweitens. Die Kennzeichnung unseres Landes als »Altenrepublik« zeugt zugleich von Dummheit wie auch von demagogischem Geschick. Drittens. Die sogenannte Hilfe in dieser angeblich demografischen Not muss nicht bei der Erhöhung der Geburtenrate gesucht werden, wie der junge Union-Vorsitzende in der Sendung suggeriert hat. Außerdem, Deutschland ist ein ausgesprochen dicht besiedeltes Land. Wir haben jedenfalls kein besonderes Interesse daran, die Bevölkerungsdichte zu erhöhen. Viertens. Wenn es mit der Produktivität unserer Volkswirtschaft auch nur annähernd so weitergeht, wie es bisher war, dann sind die zusätzlichen Belastungen der jüngeren Generation durch eine Veränderung der Zahlenrelation von Alt und Jung locker zu tragen und damit locker wegzustecken. Fünftens. Außer der Arbeitsproduktivität gäbe es noch andere Stellschrauben, zum Beispiel der Abbau von Arbeitslosigkeit, die Öffnung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für alle Frauen, die gerne arbeiten wollen und so weiter. Und auch die leichte Erhöhung des Beitragssatzes ist eine durchaus mögliche Stellschraube. Sechstens. In der Sendung Lanz wurde der Eindruck erweckt, die Teilfinanzierung der Renten durch Bundeszuschüsse sei quasi ein Bruch des Gedankens des Generationenvertrages, der hinter der Finanzierung und Regelung der Rentenversicherung stehe. Und es wurde unterschwellig behauptet, die Bundeszuschüsse seien eine neuerliche Erfindung. Das ist nicht so. Diese Bundeszuschüsse gibt es schon lange. Die Bundeszuschüsse sind zudem sehr berechtigt, weil die Rentenversicherung schon seit Langem mit sogenannten versicherungsfremden Leistungen belastet ist. Dazu gibt es einen Artikel, der im Schrifttext verlinkt ist, bei www.seniorenaufstand.de. Er trägt den Titel Versicherungsfremde Leistungen – ein Milliardendiebstahl. Ausführliche Informationen werden dort dargestellt. Hier eine kurze Zusammenfassung. In der gesetzlichen Rentenversicherung sind zum Thema versicherungsfremde Leistungen folgende Sachverhalte festzustellen. Versicherungsfremde Leistungen erfüllen Aufgaben der gesamten Gesellschaft. Aufgaben, die alle ihre Berechtigung haben. Versicherungsfremde Leistungen gibt es seit 1957. Ebenfalls seit 1957 sind die Zahlungen des Bundes zu gering, um die versicherungsfremden Leistungen in vollem Umfang zu finanzieren. Seit 1957 haben die verschiedenen Bundesregierungen insgesamt rund 700 Milliarden Euro auf diese Weise zweckentfremdet. Es besteht ein Schattenhaushalt, der ausschließlich von Versichertenbeiträgen finanziert wird. Politiker, Selbstständige und Beamte beteiligen sich nicht. Dass sich das ZDF und damit ein öffentlich-rechtliches Medium, bezahlt von Zwangsbeiträgen der Rentenversicherten, als Mittel für die neue Dramatisierung hergibt, ist der eigentliche Skandal des gesamten Vorganges. Typisch für das Vorgehen ist auch, dass niemand in die Runde eingeladen wurde, der oder die die bisherige Aufklärungsarbeit zum Thema mitgetragen hat. Rainer Hank, früher einmal Leiter der Wirtschafts- und Finanzredaktion der FAZ, war eine rühmliche Ausnahme in der Landsrunde an Aufgeklärtheit, wenn auch bescheidene Aufgeklärtheit. Allein das spricht Bände. Auch noch interessant im Gespräch, Ja, ich finde es schade, dass er jetzt nicht konkret auf Stefan Schulz Argumente eingeht. Wie gesagt, wir werden uns die Landsendung nochmal ansehen zu einer anderen Zeit. Heute Abend ist es ein bisschen spät schon, aber allgemein ist der demografische Wandel natürlich kein so großes Problem, wie uns immer wieder suggeriert wird. Das reale BIP ist die letzten 70 Jahre stärker gestiegen als die Wirtschaftsleistung. Und das wird in den nächsten 50 Jahren, zumindest laut allen Prognosen, die uns gerade vorliegen, auch weiterhin so bleiben, solange die Arbeitsproduktivität weiter in dem Tempo wächst, wie sie es aktuell tut. Und es gibt absolut keinen Grund anzunehmen, dass sich daran irgendetwas ändern sollte. Da hat Albrecht Müller mit seiner Argumentation hier natürlich völlig recht. Im Gesamtzusammenhang ist die Tatsache, dass der schriftliche und in der vergangenen Nacht veröffentlichte Bericht der ZDF zur Sendung vor allem den Vorsitzenden der Jungen Union zu Wort kommen lässt. Das ist so unglaublich, wie die gesamte Sendung. Quellenangaben und weiterführende... Ah, wie gesagt, ich hätte es gerne gehabt, wenn er sich noch ein bisschen mehr mit der Argumentation von Stefan Schulz auseinandergesetzt hätte. Die ist nämlich meiner Meinung nach etwas komplexer, zumindest wenn ich das im Neujahr-20er-Podcast immer richtig verstanden habe. Aber das werden wir jetzt, wie gesagt, auch nicht machen. Wir schauen uns nämlich die Markus-Lanz-Sendung auch mal an, aber nicht mehr heute. In diesem Sinne, Nachdenkseiten, trotzdem, den Kommentar fand ich jetzt nicht so überzeugend. Also, es war richtig, was hier gesagt wurde, aber es wurde nicht auf das eingegangen, was Stefan Schulz gesagt hat. Der Aufhänger ist also, ja... Wie gesagt, ob er so ganz richtig ist, das weiß ich nicht. Wir werden uns die Markus-Lanz-Sendung noch ansehen. Aber sonst, Nachdenkseiten, trotzdem, zu empfehlen, das Medium. Weise ich immer wieder drauf hin. Abonniert gerne den Kanal, schaut da auch sonst gerne mal vorbei. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.